Moin moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja wir haben in der letzten Folge ja Ellie kennengelernt. Das ist im Prinzip der Transport, den wir für die Fireflies durchführen sollen. Dann gehen wir mal hier weiter. Gucken was uns jetzt noch so erwartet. Oh, ich hab Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist mir was. Ich folge dir nur. Oh, alles absuchen, es kann ja noch immer irgendwo was rumfliegen. Geht's ja nicht lang, dann gehen wir mal ja. Gehen wir mal hier lang. Mal gucken was da so ist. Hier runter. Los mach ihn. Ja. Achto. Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Da kommen wir zum Nordtunnel. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Ah, toll. Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? Zwölf? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Ja, wenn das so ist, wieso unterhaltet ihr euch dann? Aber egal. Hm. Hm. Keine Überraschung, wieso? Komm. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh. Und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Hm. Deine Uhr ist kaputt. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey. Hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Ja. Genau. Dann los. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ah, genau, dass die Ware schafft so lange wird. Ja. Na los. Ah, ist ja gut. Oh mein Gott. Mist. Ach, Leute. Kommt schon. Ja, geht doch. Nicht ein bisschen laut. Er wartet am Treffpunkt. Sie meinte, dass er ein Feuerfleisch hier aus einer anderen Stadt sitzt. Für das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein neues Tier oder so? Sowas in der Art. Wo sind wir? Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Nein, du oder ich? Ich. Na dann. Sekunde. Erst nachladen. Ach, man kann irgendwas herstellen. Dann stelle ich mal weiteres Messer her. Das freut mich doch. Messer kann man nie genug haben. Wartet mal. Da vorne ist eine Patrouille. Okay. Wir können. Kommt hoch. Kommt, Kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach, du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Siehe es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Na still. Ich hab genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein. Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess. Lauf. Lauf. Los. Los, komm. Oh mein Gott. Na toll. Okay. Noch mein signal laufen. Lauf. Bleib von dem Licht weg. Hier ist schon klar, dass wir uns nicht draus bleiben sollen. Ali. Wir müssen noch mal laufen. Bereit? Ja. Ja. Lamp. Wir sind überall. Kann die im Gedunken laufen? Ich nicht. Ich seh sie, ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Toll. Toll. Da unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Na ja, da oben, na ja, da. Wie machen wir das immer ein bisschen? Das war's. Nein. Wie viel Schuss hat er? Danke Hallo Wie viel Schüsse haben die bitte? Zwei Millionen oder was? Hm Doof Bullshit das ist gerade irgendwie doof gewesen 10 schuss wenig verbraucht naja manno oh man soll nicht den team ausschalten wie viel munition die haben, die haben einfach drauf geballert doch unfair also ich würde jeden typen da drin sehen naja die 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 Toll, einfach durchlaufen, wenn nicht erschossen. Juhu, danke. Healen, 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 healen. So. Besser. Klappe. Giss es, Idiot. Giss es. Äh. Zwei, die vier da oben. Äh. Zwei, die vier da oben. Hier oben. Zwei, die vier da oben. Die, die, die. Die, die, die. Die, die, die. Die, die. Die, die. Die, die. Hm, das ist doof. Das ist verdammt doof. Das ist verdammt doof. Das ist verdammt doof. Hier können wir durch. Du wusstest doch immer noch was. So. So. Ah, hören die nicht. Nein, nur nicht. Ja genau, sie können das einfach mal so halten. Ja. Nein, Power. Du löst doch vor. Nicht ich, also. So. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen um. Wie sieht's aus? Es sind so viele, Tess. Oh, Mann. Oh, Mist. Sie sind hier bei uns. Sie sind hier bei uns. Sie sind hier bei uns. Da sind wir, Mister. Hey. Komm raus, wie ich beikomme. Wir suchen die hier drüben. Bleib bei der Flanke, du Scheiße. Hm. Das war doof. Hier. Ja, komm, scheiß drauf. Ja. Auch der Sonnwixer und von da und von überall und da, scheiß drauf. So. Wow. Danke. War klar. Das war klar. Ja, wenn die Leute nicht alle drum herum stehen würden und nicht. Ah, scheiß nicht drauf. Na, egal. Mach ich in der nächsten Folge. Versuch's halt nochmal. Ist nicht so traurig. Egal. Ähm. Also dann. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.